Wenn auch du wissen willst, was in den Finanzen, dem Beruf, in der Liebe und natürlich auch, was dein Highlight des Tages ist und was auf dich zukommt, dann bleib dran, nach dem Intro schauen wir in die Karten. Einen wunderschönen guten Samstagmorgen und auch am Wochenende gibt es natürlich das Tagesorakel und wir schauen wie jedes Mal hinein in Berufsfinanzen. Hier heute mit den Einzigartigkeitskarten in das Highlight des Tages und natürlich auch in die Liebe. Die Liebe ist derzeit eine Thematik, die sehr, sehr viele antriggert, weil man einfach sehr, sehr merkt, was man alles braucht im Leben und was eigentlich auch sehr unnötig ist. Und da sortiert man auch Partnerschaften aus. Ganz, ganz kurios zurzeit. Aber das heißt, wir räumen unser Leben auf und so muss das eben sein. So, wir haben die Karten gezogen. Die Karten für den heutigen Samstag, für den 4.4., die sind gefallen. Und wir beginnen heute mit Beruf und Finanzen. Hier haben wir Seelensphäre Orion. Es ist Zeit, deiner kreativen Seite Ausdruck zu verleihen. Lebe deine Schöpferkraft. Und hier geht es wirklich darum, dass du deine Schöpferkraft so lebst, dass du einfach Neues in die Wege leitest. Neues, noch nicht Dagewesenes, Unerwartetes. Dass du hier wirklich mit deiner Kreativität zusammenarbeitest, egal in welchem Bereich du kreativ sein kannst. Entweder du bist es im Bereich der Spiritualität, du kannst aber auch im Bereich der Mathematik oder auch vielleicht einfach der Mechanik kreativ sein. Du kannst hier für dich etwas Neues aufbauen. Wir schauen auch mal hinein, was das ist. Auf jeden Fall ist es etwas, was du sehr, sehr lang an dich binden wirst und finanziell dich auch abrundet. Das heißt, wir sind hier in einer Beziehung mit dem Geldfluss. Und das ist schon mal sehr, sehr positiv zu werten. Ja, dann haben wir noch den Blumenstrauß dabei. Der steht sehr für die Positivität dabei. Denn alles, was du heute anfasst, wird zu Gold, sagt man so schön. Du aber persönlich wirst erkennen, dass es einfach in deiner Macht liegt. So, wir haben hier die Schöpferkraft, ja, lebe deine Schöpferkraft. Du wirst erkennen, dass finanziell und beruflich alles in deiner Kraft liegt und in deiner Macht liegt. Und wir haben hier auch das Bündnis zur spirituellen Arbeit. Das ist natürlich sehr, sehr gut und bindet dich auch in deinen Erfolg. Das heißt, der Geldfluss kommt zustande, wenn du dich jetzt dafür entscheidest, spirituell deinen Fuß zu fassen. Das heißt aber natürlich auch, dass du dein Bewusstsein steigern musst, solltest, dass du im Bewusstsein noch mehr erwachen solltest, um diese ganzen Thematiken auch zu erkennen. Weil du bist ein Macher, du bist ein Heiler, du bist ein Mensch, der mit Worten sehr gut helfen kann, dann solltest du das auch leben. Und du musst einfach die Angst vor dem Außen ein wenig loslassen. Ja, dann schauen wir mal in die Liebe hinein. Hingabe heißt es heute. Ich lasse mich von meiner Seele vertrauensvoll führen. Ja, es ist nicht immer so leicht, sich führen zu lassen, weil man da doch öfters mal denkt, ist es normal, ist es im Außen, wird es so angenommen, wie ich es auch aussenden möchte. Dies darf heute aber nicht, nicht wirklich, nicht dein Fokus sein, das Außen. Du solltest für dich erkennen, dass du deiner Seele vertrauen kannst, dass du dort geführt wirst von der feinsten Sorte, dass du dort einfach auch in dir schlummern kannst und somit dich entfalten kannst, auch in Liebesdingen. Denn hier hast du sehr oft, ja, nicht unbedingt Streitereien, aber negative Erfahrungen gehabt, auch hier mit sexuellen Blockaden, die du lebst. Aber das kannst du auflösen, wenn du wirklich nicht mehr ans Außen denkst und auch nicht mehr an früher. Denn hier kommen immer Streitigkeiten noch zustande, wegen alten Lebensabschnittsgefährten und Gefährtinnen. Hier soll aber endlich die Hingabe gelebt werden, dass du dich von deiner Seele führen lässt. Hier hast du immer aufs Außen gehört damals und bist auch dem Außen sehr, sehr stark gefolgt. Und das muss jetzt unbedingt wieder sich ein bisschen abändern, weil es deine Liebe ist, es ist dein Leben. Und kein Mensch kann dir sagen, was gut für dich ist, das weißt du selbst am besten. Ja, manchmal braucht man einen kleinen Impuls, das ist in Ordnung. Aber dieser Impuls kann dir selbst heute gegeben werden. Für die Liebe heißt es also, es kommt viel Klarheit für dich zustande. Und dein Highlight des Tages beginnt mit einer wundervollen Botschaft. Auch dein Körper ist einzigartig und so fällt es dir leicht, deine Schönheit und deine Einmaligkeit zu sehen. Dich so zu klein, wie es dir gefällt und dein Leben so zu leben, wie es dir entspricht. Also heißt es hier, mehr in die Selbstzufriedenheit kommen. Und das wirst du heute schaffen. Vielleicht wirst du heute dich mit einem kleinen anderen Blickwinkel ansehen. Und auch erkennen können, dass du persönlich in der Stabilität bist. Weil das ist hier blockiert. Derzeit ist der Selbstwert nicht so hoch. Du machst es schon immer noch hier am Außen fest. Auch dein Aussehen, da bist du völlig gerade im Normdenken. Das solltest du nicht so ganz tun, weil du dich da doch noch tiefer blockieren könntest. Ja, aber die Blockade könnte gut fallen, wenn du dich den Neuanfang wagst. Wenn du diese Geburt wagst, dass du selbst ein wunderbares Wesen bist. Denn das bist du ja. Deine Schönheit ist ja nicht nur innen, die ist ja auch außen. Weil je schöner du dich von innen fühlst, desto schöner wirkst du auch im Außen. Und eventuell solltest du auch mal auf die Worte hören, die man dir zuspricht. Und sie nicht immer als Floskeln anerkennst, sondern wirklich als wahre Meinung. Ja, das ist meist auch schon so ein bisschen die Problematik, dass man da eher in der Negativität feststeckt. Aber geh da mal gelassener ran. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Samstag. Und denkt dran, heute Mittag kommt noch ein Special Orakel. Macht's gut und bleibt gesund.